Wisst ihr, mit so einem Computer könnt ihr mehr machen als nur Gaming und das meine ich nicht mal abwertend, sondern ich finde, dass zu viele reine Gaming-Systeme, unter anderem auch auf diesem Kanal hier, vorgestellt und gebaut werden und zu wenig andere Systeme und daher präsentiere ich euch in diesem Video das ultimative HTPC-Setup. Viel Spaß! Was bedeutet HTPC? Ganz simpel, Home Theater Personal Computer. Und zwar sind das solche PCs, die man tatsächlich in sein Wohnzimmer-Geräte-Rack stellt und damit dann Dinge tut. Nicht das, was ihr denkt, ihr Schweine. Ich weiß, ihr dachtet jetzt an RGB-Schmuddel-Filme schauen. Ja, in Zeiten von Smart-TVs würde man nun denken, dass das unnötig sei, ist es aber nicht, denn so ein HTPC kann Sachen, die ein Smart-TV gewiss nicht kann. Dazu muss sich aber jeder natürlich so ein Ding bauen und was man da verbauen könnte, das zeige ich euch jetzt erstmal. Wichtig wäre, dass der PC möglichst kompakt ist und im Idealfall sollte er natürlich auch in ein Wohnzimmer-Rack reinpassen. Gleichzeitig sollte er aber auch Power haben, um damit Dinge zu tun. Mann, ich komme einfach nicht von dieser Redewendung weg. Aber ihr versteht, denke ich, was ich meine. Daher setzen wir bei der CPU in diesem Rechner auf eine APU, also eine CPU mit integrierter Grafikeinheit. Allerdings nicht irgendeine, sondern den Ryzen 5 2400G, denn der hat auch genug Power, um sogar damit ein paar Spiele zu zocken. Mit dem Teil bekommt ihr vier Kerne, acht Threads, einen Turbotakt mit bis zu 3,9 Gigahertz und auch noch eine integrierte Grafikeinheit, mit der sich viele aktuelle Titel noch auf niedrigen Einstellungen und Full HD spielen lassen. Für gerade mal 124 Euro ist das ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was unschlagbar ist. Platzmäßig sparen wir uns eine Grafikkarte, was durchaus von Vorteil sein kann. Dann brauchen wir noch ein kleines Board, das aber einige Features mit sich bringt und da nehmen wir für dieses Projekt das Gigabyte B450i Aorus Pro Wi-Fi. Der Name verrät es eigentlich schon, es ist ein Mini-ITX-Mainboard mit enorm vielen Features und Anschlüssen. Hier kommt es wirklich nicht auf die Größe an, denn auch mit diesem Board kann man Dinge tun. Oh Mann. Extern haben wir Grafik-Ausgänge, was enorm wichtig ist mit der APU, wir haben zweimal USB 3.1, viermal USB 3.0, Gigabit-LAN, Klinke und sowohl WLAN als auch Bluetooth schon out of the box. Das ist extrem hilfreich, denn gerade bei so einem Wohnzimmer-PC sind diese Features unverzichtbar. Auch auf der Platine hat dieses Brett einen hochwertigen Audiochip, M.2 Kühlkörper und sogar RGB-Header. Also die Ausstattung ist trotz der Größe wirklich Hammer. Beim RAM stehen euch quasi wie immer alle Türen offen, aber der G-Skill AEGIS ist so ziemlich der günstigste, den ihr momentan kaufen könnt und da unser Case geschlossen sein wird, brauchen wir hier auch nicht unbedingt eine RG-Beleuchtung. Ich habe euch, falls ihr was anderes wollt, auch mal ein paar Empfehlungen in die Infobox gepackt, aber im Prinzip ist das hier the way to go in dem PC. Ich habe mich letztlich für den Crucial Ballistics Tactical Tracer entschieden, weil mein AEGIS zu dieser Zeit in einem anderen System gewerkelt hat. Für den Test ist das aber nicht relevant, weil die Taktraten und Timings die gleichen sind. Wichtig wäre nur, dass ihr zwei RAM-Sticks verbaut, um Dual-Channel nutzen zu können, denn gerade für den Ryzen 5 2400G ist das enorm wichtig, einfach weil die Grafikeinheit von Dual-Channel enorm profitiert. Ist auch klar, denn im Dual-Channel-Modus ist der Speicher schneller und mit dem schnelleren Speicher habt ihr auch mehr FPS. Bei der SSD seid ihr im Prinzip auch frei, allerdings ist es nicht ganz so einfach. Ihr könnt natürlich eine SATA-SSD nehmen, das ist gar kein Problem. Empfehlen würde ich allerdings eine M.2-SSD, weil ihr damit Platz spart. Da das Mainboard auch noch einen M.2-Kühlkörper habt, sollte das kein Problem sein. Ich gehe mit der neuen Crucial P1-SSD. Es ist eine NVMe, die zwar keine Rekorde im Lesen und Schreiben bricht, die aber ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat – ihr bekommt viel und schnellen Speicher für relativ wenig Geld. Ihr müsst euch natürlich fragen, wie viel Speicher ihr braucht. Ich denke nicht, dass irgendwer wirklich ein Terabyte brauchen wird und im Zweifelsfall könnt ihr auch noch mit einer etwas günstigeren Crucial MX 500 gehen. Beim Case wird es jetzt interessant, denn ich verbaue die Hardware hier im Silverstone ML09. Das Gehäuse bricht nicht unbedingt Rekorde, wenn es um das Kleinsein geht. Allerdings muss es das auch nicht, sondern in Bezug auf die Form in ein Wohnzimmer-Rack reinpassen. Und das hier hat die Form eines DVD-Players und ebenso die Größe – achso, ihr wisst ja gar nicht mehr, was DVDs sind. Das sind diese kleinen Scheiben, mit denen früher Filme gespeichert wurden. Aber das Case hier ist perfekt für unseren Anwendungszweck. Beim Netzteil müssen wir auch auf ein SFX-Netzteil setzen, weil was Größeres einfach nicht in unser Case hineinpasst. Hier gehe ich mit dem Silverstone SFX-Series ST45-SF-G mit 450 Watt – mein Gott Leute, könnt ihr euch mal andere Namen ausdenken, was man sich auch merken kann, sowas wie Kevin oder so. Jedenfalls ist es ein 450 Watt, 80 plus Gold zertifiziertes, vollmodulares Netzteil, kann man auf jeden Fall so machen. Wenn ihr Geld sparen wollt, könnt ihr dann in diesem Wohnzimmer-Rechner entweder mit dem AMD-Box-Kühler gehen, aber ich wollte etwas mehr Power und habe mich daher für den Cryoric C7 entschieden. Der Kühler ist leiser und hat mit seinen vier Heatpipes definitiv mehr Power, um die CPU dann auch noch übertaktet zu bändigen. In der Sparversion komme ich bei diesem Home-Theater-PC, den wir hier gebaut haben, auf roundabout 500 Euro. Klar, ein Gaming-Aufriss-PC mit einem 2400G kann man sich für weniger Geld bauen. Man muss aber auch bedenken, dass man bei diesem PC erstmal 16 GB RAM, eine M.2 SSD und einen coolen Formfaktor bekommt, da relativiert sich der Preis dann auch wieder. Im Wohnzimmer will man die Dinge aber wireless betreiben und ob man nun zockt oder ob man einfach ein bisschen surft, da braucht man das entsprechende Werkzeug für. Die perfekte Tastatur fürs Wohnzimmer liefern hier Corsair mit ihrer K83 Wireless, denn mit der haben sie eine Drahtlos-Tastatur rausgebracht, die perfekt fürs Wohnzimmer geeignet ist, weil ihr nicht nur eine Tastatur, sondern auch ein Trackpad bekommt. Gleichzeitig hat das gute Stück aber auch noch einen Joystick, mit dem man dann auch ein paar Spiele spielen kann. Verbunden wird dieses gute Stück hier über 2,4 GHz Funk-Drahtlos-Verbindung oder Bluetooth und ihr habt dabei auch noch eine niedrige Latenz, sie würde sich also gleichzeitig sogar zum Zocken eignen. Was das Zocken angeht, empfehle ich euch aber auch noch einen Controller und dafür habe ich mir extra einen Xbox-Controller angeschafft, weil der sich super eignet, um damit so Spiele wie GTA 5, aber auch Rennspiele zu zocken und das natürlich auch drahtlos. So kann man aus dem Wohnzimmer-PC schon fast eine kleine Konsole machen. Wer dann noch ein Wireless-Headset braucht, kann sich gerne mal das Corsair HS70 ansehen. Das ist ein Drahtlos-Headset für rund 90 Euro, was meiner Meinung nach sogar besser klingt, als das teurere Void Pro von Corsair. Und schon könnt ihr einige eurer Lieblingsspiele gemütlich von der Couch aus genießen. Und wofür ist so ein Setup noch gedacht? Na, ob ihr gerade gemütlich auf der Couch surfen wollt, ob ihr Filme auf Amazon Prime, Netflix, Maxtum und wie sie alle heißen schauen wollt, oder ob ihr auf der Couch eine Runde zocken wollt, all das könnt ihr mit diesem kleinen Entertainment-System hier machen. Was das Zocken angeht, muss man natürlich Abstriche machen, aber es geht. Counter-Strike Global Offensive beispielsweise läuft butterweich auf Full-HD und mittleren Einstellungen, denn in dem Game bekommen wir auch ohne Grafikkarte wunderbare 112 FPS im Schnitt und 59 FPS minimal. Overwatch kann man mit so einem System auch wunderbar zocken und ich behaupte mal, dass das mindestens so gut geht wie auf einer Playstation 4, denn bei niedrigen Settings und 1080p erhalten wir auch in Overwatch 83 FPS im Schnitt und 51 FPS minimal. Auch optimal geeignet ist Rocket League. In Rocket League bekommen wir mit dem Entertainment-System hier wunderbare 107 FPS im Schnitt und 85 FPS minimal auf mittleren Einstellungen und 1080p. und dieses Game eignet sich wirklich perfekt, um es mit einem Controller zu zocken. Ganz anders als CSGO und Overwatch. Genauso prädestiniert für den Controller ist GTA 5. Und in GTA 5 erhalten wir auf mittleren Einstellungen und 1080p sogar noch passable Frameraten mit 59 FPS im Schnitt und 46 FPS minimal. Leute, ich bin Besitzer einer Playstation 4 und das Spielerlebnis in GTA 5 steht der Playstation hier in nichts nach. Aber natürlich hat so ein System auch seine Grenzen, was ich nochmal mit Shadow of the Tomb Raider zeigen möchte. Denn hier bekommen wir in dem integrierten Benchmark 27 FPS im Schnitt und 21 FPS minimal und das auf niedrigen Einstellungen und Full HD. Das ist nun wirklich nicht mehr so, dass ich es als spielbar bezeichnen würde. Alle anderen multimedialen Anwendungen sind für den PC hier aber gar kein Problem. Beispielsweise auch 4K-Videos schauen, das geht butterweich und die Bedienung über diese Corsair-Tastatur macht wirklich verdammt viel Spaß. Insgesamt bin ich echt angetan von diesem kleinen, netten Wohnzimmer-PC, der in jedes Wohnzimmer-Rack reinpasst. Falls ihr auch sowas bauen wollt, habe ich euch mal ein paar Alternativen, mit denen ihr Preisbereiche von 400 bis 600 Euro schaffen könnt, in so einem HTPC in der Infobox verlinkt. Ihr könnt so einen Teil natürlich auch für deutlich weniger Geld bauen, allerdings müsst ihr dann Abstriche machen, was beispielsweise die Gaming-Leistung angeht. Jetzt würde mich aber ganz klar interessieren, habt ihr grundsätzlich auch mehr Interesse an anderen PCs als nur Gaming-PCs? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen in nördlicher Richtung, schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei, ich gehe jetzt Dinge tun, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dann!